Vor 1000 Jahren schloss Doktor Parnassus einen Pakt mit dem Teufel. Aufhören! Du hältst wahrscheinlich nicht viel von wetten, oder? Und wurde somit unsterblich. Ist lange her. Aber das hatte seinen Preis. Mein Kind wird ihm gehören, sobald er 16 Jahre alt wird. Doch ein geheimnisvoller Außenseiter. Was ist der Preis für eure Träume? Nimmt sie mit auf eine Reise jenseits aller Vorstellungskraft. Der außergewöhnliche Doktor Parnassus. Was tust du da? Ich versuche das Leben ihrer Tochter zu retten, Sir. Du könntest sie retten. Wer von uns kriegt als erster fünf Seelen? Voilà! Voilà! Nichts ist von Dauer. Nicht nur der Tod. Das Kabinett des Doktor Parnassus.